Heute gibt es schon Teil 13 unserer Reihe Urlaub in Deutschland 2023. Angelangt sind wir heute in Speyer, in der wunderschönen Stadt in der Südpfalz. Mmmh, leckeres Bier zum Auftakt gibt es in der Dohof Hausbrauerei. Dazu tolle Ochsenbäckchen und Wurstsalat. Auch Apfelstrudel als Dessert ist nicht zu verachten. Dazu ist der Laden urig eingerichtet. Und außerdem war hier schon die Prominenz. Natürlich zum Beispiel der Altkanzler Helmut Kohn. Pfff, das ist der Spuren des Altkanzlers, bewegen wir uns schon. Wer nämlich ein Bessing durch Speyer-Lust wandelt, landet sobald im Adenauer Park. Dieser kleine Park und weit der Innenstadt ist die letzte Ruhestätte des Altkanzlers. Und flugs zurück flaniert man Richtung Innenstadt. Die Maximilianstraße ist Einkaufsstraße und bietet auch die schönsten Gebäude der Stadt. Zugegebenermaßen bietet Speyer hier fast schon mediterranes Flair. Fun Fact, Speyer hat schon zu Bayern gehört und hat derzeit ungefähr 50.000 Einwohner. Je mehr man die Maximilianstraße hinunter wandert, desto mehr fällt der Dom in den Blick. Dieser ist immerhin der größte romanische Dom von Europa. Der Dom ist von 1080 und bereits seit den 80ern UNESCO-Weltkulturerbe. Hier findet man wahrlich seine Erleuchtung. Speyer hat neben der Altstadt und dem Dom aber noch weitere Sehenswürdigkeiten zu bieten. Die Stadt liegt am Rhein und hat sogar einen Yachthafen. Außerdem gibt es das berühmte Technikmuseum und SeaLife. Wir können die Stadt jedenfalls wärmstens empfehlen.